Ich habe 30 Jahre in Afrika gelebt und da habe ich ganz viele Märchen und Geschichten gesammelt. Einige von ihnen findet ihr in Kalulu und andere afrikanische Märchen und in »Morgen kommt die Hyäne zum Essen«. Viele Geschichten handeln von dem kleinen Hasen Kalulu, der sich mit Liste und Tücke gegen die großen Tiere wehrt. Eines Tages sagte mir ein Missionar, wusstest du, dass Kalulu der Ur-Ur-Ur-Großvater von Bugs Bunny ist? Wie? Wie kam er denn nach Amerika? Ich forschte nach und ich fand heraus, dass die Menschen, die als Sklaven nach Amerika verschleppen, haben ihren Kalulu einfach mitgenommen. Dort bekam er den Namen Brerabbit. Er behielt aber die Charakterzüge von dem schlauen Hasen, der sich gegen die großen Tiere wehrt. Bei wurde ein bisschen höflicher. Später erfuhr ich, dass Kalulu diese Geschichten, die als Brerabbit erschienen, auch in übersetzter Form nach Deutschland kamen und zwar mit dem Namen des Protagonisten Meister Lampe. Wenn ihr noch mehr davon hören wollt, komme ich gerne zu euch und zu ihnen in ihre Klassenzimmer und erzähle noch ein bisschen mehr von Afrika, von meinen Geschichten und auch von Kalulu. Kalulu ist ein Weltreisender und ich auch.